Ich hab da auf dich mehr geachtet. Na klar. Aber der Kreuz ist los. Ich hatte echt keine Ahnung. Pauline, du cutest Ding. Was geht? Ich bin geflogen, keine Ahnung wieso. Oder Trapper? Ich sag nicht, was mein Kopf mir sagt. Das kann sie nicht wissen. Ich hab dich. Oh, wie sind die Poster? Meint die, wir werden gekillt? Random? Omba? Omba? Jumpibile Locker? Kurz die Nacht! Ich weiß nicht, ob der gerade an der Bombe gestorben ist, aber wer auch immer, hat irgendwer die Bombe gerade defused? Wo? Du meinst die bei Leitz? Die hat uns richtig erschrocken. Da hat unser Bomber nämlich gesailed, die war nämlich in der unteren Decon und die ganz kleine hinterletzte Ecke war frei, sodass ich gerade noch so überlebt habe. Und dann bin ich hoch in den Admin gelaufen und da liegt Meimel. Also da lag eben eine Bombe irgendwo in der Admin. Also ich lebe nicht da, ich lebe. Ich lebe. Oh, Claire, sorry. Die Trapper vom Trap. Die Trapper vom Trap. Die Trapper vom Trap. Habe ich mir beim Reingehen, habe ich mir überlegt, die liegt da echt scheiße, weil ich auch drin stand und dann habe ich nur gesehen, dass ich aus dem Bombenradius fliehe und du in der Trapperstein drin stehst. Also die Trap vom Trapper liegt über dem Electrical Cage. Ich will zum Licht gehen, weil Licht aus ist. Ich bin in der Trap und ich sehe nur den Bombenradius und ich bin drin und dann kracht es. Ich bin gerade so aus. Ich habe nicht von mir gewesen, das untere Decon, ich dachte nicht, ich komme noch raus. Tschö, den Chat voll Spam mit der Bombe. Ich habe Glück, dass der Bomber die echt ein Stück doof gelesen ist. Aber das ist ja, aber das ist ja richtig Riesenradius dann. Ich hatte Glück. Ich hatte wirklich Glück in dem Moment. Spam das mal bei Claire. Spam das mal bei Claire, bitte rein. Spam das mal bei Claire raus für... Einmal zum Claire rüber und dann bei ihm rein Spam. Terster raus. Weil ihr jetzt Specimen seid. Terster raus. Du bist auch ein Specimen. Wer war noch bei uns, Terster? Ich bin auch ein Specimen, ja. Ich bin ein Specimen, das stimmt. Mit Voldemort. Ich bin über Weapons. Wie lange ist deine Bombe her, Shoshi? Die ist legit jetzt gerade. Also ich habe mein Mail instant dann reportet. Nein, nein, nicht mich. Bitte, ich lebe noch. Es tut mir doch leid. Wo war die Bombe? Faro, Faro ist gerade vom Office. Warum entschuldigst du dich bei Claire? Ne, ich war Weapons wie immer und da war ich zuerst mit. Ich weiß gar nicht, wer da noch drin war. Aber noch in dem Leben. Der Volllord rein und haut rein. Und da war Katze in Coms. Volllord mit Liebe rein. Ich war noch nie in Coms außer gerade. Und dann habe ich Knechti vor Coms getroffen. Wo lag die Bombe? Der erste war da auch irgendwo in der Ecke. Der erste kann nicht dabei sein. Der erste wollte nicht raus dafür. Ich bin im Sass. Das soll er doch nicht geben. Oh gut, oh gut. Bei denen, die ich getötet habe, auch rein. Ja, gut. Das ist jetzt dumm gelaufen, ne? Okay. Maimil hat gekillt, mit Bladispur in den Vent gesprungen. Wo? Was? Maimil hat oben gekillt, vor Lab-Eingang und ist hoch in den Vent. Bei einem Reaktor. Ich bin Appadicon drin gerade. Ne, ne, bist du nicht. Ich bin Appadicon drin, doch. Einfach bei allen, die jetzt gerade gestorben sind. Hab ich gesehen. Wo seid ihr alle gerade? Ich bin in der Lifeline. Ich stehe kurz vor, Warpon. War ein Coms mit Stugi und Geist. Geist, die war da, ja. Es könnte sein, weil die liegen drei Leichen. Könnte sein, dass Maimil Bounty Hunter ist. Hast du gerade Warpon gesagt? Ja. Warpon? Kurz davor. Es ist Warpon. Warpon? Warpon. Warpon, Sandro. Mach mal Crossro. Also, um es doch mal zu sagen, ich bin Appadicon. Also, ich weiß nicht, was du da gesehen hast, wollte, aber nein. Ich hab dich in den Vent springen, sie mit einer Bladispur hinterher. Ich kann Bounty Hunter auf, Maimil. Mach mal. Aber unabhängig davon, das endet die Story da unten bei O2 letztes Mal. Wo du auch angefangen hast, absolut alles, die ausfügt. Wir reden nicht vom letzten Mal. Wir reden von jetzt. Du mit dem, wie ich hier ein Meter-Sask rausholen hier, ne, ne, ne. Hey, mach ruhig Bounty Hunter auf mich. Gar kein Thema, easy. Muss ich sein, aber das ist klar. Wir wurden dich. Muss er nicht sein. Aber ich geh auf Volde. Macht Volde danach auf jeden Fall. Warum? Ich hab dich beim Kehlen erwischt. Ne, ich bin Appadicon, nochmal. Ja, aber das ist gut. Appadicon zu sein, heißt doch nicht, dass du dich getötet hast. Ja, aber er will mich doch in den Vent hüpfen gesehen haben. Hallo. Hab ich auch. Ich bin ruhig. Mhm. Ich bin ruhig. Lieg dich mal in O2 drüben, oder? Ja, jein. Electrical. Ich glaube, er wollte defuse. Er ist nämlich genau da gestorben, wo die Bombe platziert war. Da kann man halt... Smeggy? Ja, bitte. Bombe! Ja, würde ich auch sagen, ja? Nein. Würde ich auch sagen, doch. Das Grinsen bei den Leuten. Joshi oder Smeggy? Einer von beiden. Nein, also ich bin echt nicht der Bombe. Vleske ist ein Feini. Er hat mich also fast selber umgebracht mit meiner Bombe oder was? Aber Vleske ist ein Feini. Ich habe nur schneller gesprochen, wo die Leiche war. Vleske ist wirklich ein Feini. Wo war denn der? Ich bin dir hinterhergelaufen, du hast Licht ausgemacht, bisschen Electrical oben rein, hast eine Bombe gelegt, Töne zugemacht, bist runter in der Natur gewendet. Ja, weil ich bin Engineer. Ich bin nicht Trapper. Ich wollte das jetzt nicht so outcoilen. Ich wollte auch Licht fixen, habe gesehen, die Bombe... Ja, aber du hast mich hier gerade outcoilt. Warum habe ich dich outcoilt? Ach so, sorry. Das wollte ich wirklich nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Ich habe das aber gesehen, dass du ihn wept. Ist das bad. Ich schwere, das war nicht gefallen. Daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte dir nur signalisieren, dass ich weiß, dass du mich ja gesehen hast, weil du Lighter bist. Natürlich, obviously. Jetzt sag ich das nochmal. Damit ich doch der Letzte noch verstehe. Ist Maggie in der vorigen Runde mal von Bombe raus? Ja, war ich. Nee, ne? Doch, doch, war ich. Ja. Und wer haben dich denn rausgenommen? Mich hat Sayana und Stugi haben mich rausgenommen. Wir waren gemeinsam in Weapons. Mensch, die sind mal tot. Nein, die erste Runde. Die waren nicht tot. Stugi ist die Runde gestorben. Nein, und das ist schon mal eine Lüge, weil da war ich zu dem Zeitpunkt in Weapons. Äh, Koms meinte ich. Und habe Katzen Koms getroffen danach. Aber da warst du nicht... Ja, das war falsch. Wenn du den jetzt nicht rausgeholt hättest, ey. Das war eine glatte Lüge. Wer wohnt, der Dana Faru? Ja, der ist böse halt. Nein, ich hab geskippt. Der skippt. Ja, ich hab geskippt. Maggie. Ich fiel auf, wie wir der Bombe gekillt. Da waren vier Leichen da oben, meint. Maggie, du siehst mich bei Licht. Die vier Leichen, die da oben waren, war der Bomber, der drei Leute ermordet hat. Ah, echt? In einem einzigen Ding. Dann öffne ich die Türe, um danach den Bounty Hunter vor mir stehen zu haben, der mich instant ummetzelt. Ja, weil ich dachte, weil ich dachte, nimm den jetzt doch schnell mit, bevor der Report, weil ich stehe ja mitten drin und dann kommst du direkt dahinter. Aber ich hab drei Flashes bekommen. Das war dein Tod, Miley. Svegi, in dem Moment, Svegi, wo ich dich sehe, weiß ich, dass du auch bist. Du bist doch so oder so drei Flashes. Egal, was du bist. Du bist auch, dass du böse bist. Mir ist lustig, dass der Bounty Hunter einen Kill hat und der Bomber fünf. Du hättest nicht gesehen, wenn du hast eine höhere Vision gehabt. Der Bomber, der eine Bombe legen kann und noch jemanden Füße zu schoffen bringen, ja. Made my day. Bis zum nächsten Mal.